Simon Teichmann, der Realitätsverweigerer. Herzlich willkommen Leute zum großen Blockbuster. Ich habe es angekündigt, dass ich mir vier Leute vorgenommen habe aus der Fitness- und Low-Carb-Szene, die ich widerlegen werde. Darauf habt ihr ja so lange gewartet, weil ich solche Videos nie gemacht habe. Und deswegen fange ich mal damit an. Ich mache die Videos und gucke, wie sie funktionieren. Wenn ihr natürlich beim Teilen helft und das Video wirklich sehr, sehr viele Aufrufe kriegt, dann werde ich das natürlich vielleicht ausdehnen, auch auf andere Leute oder mehrere Videos darüber machen, über einzelne Personen. Aber wir gucken einfach mal, wie das läuft. Es liegt alles an euch, wie sehr ihr das Video teilt. Deswegen, heute soll es um Simon Teichmann gehen. Sein Kanal ist bekannt unter Body IP bei Simon Teichmann. Das ist ein Fitness-Youtuber und von dem habe ich mir ein Video rausgesucht. Und zwar ist das Video, diesen Leuten darfst du nicht glauben. Und da erzählt er halt, das ist so ein leichtes Anti-Vegan-Video und so Widerlegung, dass Tierprodukte schädlich sind. Da erzählt er halt, warum Tierprodukte halt nicht schädlich sind oder bestimmte Tierprodukte. Ja, weil ich denke, er meint alle Tierprodukte, so wie jeder Fitness-Youtuber und Low Carber, weil die essen ja diese ganzen Tierprodukte. Deswegen sagen die auch, dass die absolut unproblematisch sind. Deswegen ist es so wichtig, dass Aufmerksamkeit auf dieses Video hier kommt, weil ich hier alles widerlegen werde. Der Hauptkritikpunkt immer bei den Videos, wie zum Beispiel andere Videos, die ihn auch widerlegen. Da gibt es ja ein paar, ganz, ganz wenig. Ich werde euch am Ende eins zeigen. Das Hauptargument ist da immer, dass sich Leute hinsetzen und dann einfach ein Video machen und etwas erzählen. Ja, das, was Simon Teichmann sagt, stimmt nicht. Das ist eigentlich so und so. Und die verlinke nicht Studien und beweise nicht, was sie sagen. Also weder irgendwelche Links in der Videobeschreibung, noch blenden die irgendwie Studien ein oder so. Und ganz genau deswegen, ich habe hier einen wissenschaftlichen Kanal. Hier geht es immer um Studien und Wissenschaft und logisches Denken. Deswegen übernehme ich jetzt diesen Part und ich mache jetzt mal ein Video über ihn. Okay, mit Beweisen. Jede einzelne Aussage werde ich beweisen. Wir werden sein Video zusammen angucken. Ich werde ihn reden lassen, pausieren und dann widerlegen, was er sagt. Ich habe für dieses Video jetzt sehr lange gearbeitet, mehrere Tage. Es war ein Haufen Arbeit, diese ganzen Quellen zusammenzusuchen. Diese ganzen Studien auch. Und ich habe hier ein mega langes Skript geschrieben, was ich hier abarbeiten muss. Und auf jeden Fall wird das der absolute Knallhammer. Also macht euch bereit. Fangen wir mit einem Bild an. Und zwar sieht das so aus. Das finde ich sehr, sehr treffend. Es ist einfacher, die Leute zu täuschen, als sie davon zu überzeugen, dass sie getäuscht wurden von Mark Twain. Sehr, sehr guter Spruch. Der absolut auf diese ganze Fitness- und YouTube-Szene zutrifft. Eigentlich wissen alle Leute, dass das, was die erzählen, nicht stimmt. Auch das, was Low Carb erzählen, nicht stimmt. Ich meine, die wissen es selber. Solche Videos wie der von Simon Teichmann jetzt oder von Low Carb oder so, das sind eigentlich nichts anderes als Hilferufe. Das sind einfach Hilferufe. Die Menschen haben ein schlechtes Gewissen. Deswegen machen die solche Videos, weil das das schlechte Wissen unterdrückt. Ja, das sänftigt, besänftigt das, wenn du dir selbst erzählst. Ja, das, was ich esse, das ist gut. Das ist gar nicht schädlich. Und du dir dann Argumente suchst, ja, warum das nicht schädlich ist. Das besänftigt das schlechte Gewissen. Deswegen erzählen diese Leute diese Sachen. Deswegen gibt es von jedem Fitness-Youtuber und Low Carb ein Video zu The Game Changers zum Beispiel, wo die das widerlegen. Widerlegen, natürlich widerlegen die da keinen einzigen Punkt, aber das besänftigt halt das schlechte Gewissen. Deswegen, und das Video hat so viele gute Quellen und ist so gut gemacht, dass da jeder, der das sieht und kein Veganer ist, der fühlt sich da, da kommt das schlechte Gewissen so hoch, dass man dann ein Video machen muss, um das wieder ein bisschen zu besänftigen. Aber das weiß ja jeder. Das weiß ja jeder. Auch jeder Low Carb weiß das. Und von daher, ja, das Wichtigste ist einfach zu verstehen. Jeder weiß, was die Wahrheit ist. Im tiefsten Innern des Herzens weiß jeder Mensch, was die Wahrheit ist. Deswegen fangen wir einfach mal an. Ich werde sein Video widerlegen mit Logik, gesundem Menschenverstand und halt der Wissenschaft. Deswegen fangen wir einfach mal an. Ich möchte hier mit einem Punkt anfangen, den ich sehr interessant finde. Und zwar, damit man direkt Bescheid weiß, ja, der Simon ist der übelste Studienexperte. Hören wir uns das mal an. Für mich als, ich sag mal, als Wissenschaftler, der das studiert hat, oder der Studien auseinandergenommen hat in seinem Studium, der weiß, wie eine Studie aufgebaut ist, was eine Studie ist, wenn er dann sieht, dass zum Beispiel einfach mal... Also, wir haben hier gehört, ne, der ist der absolute Experte. Der hat das studiert, gelernt, ne, der weiß ganz genau, wie man Studien liest. Und, äh, ich werde euch das hundertprozentige Gegenteil beweisen, dass er natürlich überhaupt nicht weiß, wie man Studien liest, oder wenigstens, dass er nichts, überhaupt nichts mit Studien aus dem Bereich Ernährung zu tun hat. Ja, und er überhaupt nicht weiß, wie man, wie man die, die grundumlegend versteht. Also, ne, es geht nämlich nicht um irgendwie, oh, ist es die Milch, ist es das Fleisch? Es geht um die Inhaltsstoffe, ja, aber das werdet ihr von mir noch tausendmal in diesem Video hören. Hier ist das Video von ihm, äh, darum soll es heute gehen, das gucken wir uns an. Und, äh, ganz wichtig auch noch zu sagen, ich kann nur alles ganz kurz anreißen. Ich kann zu den meisten Punkten auch nur eine Studie zeigen, weil das Video sonst zu lang wird. Ich könnte natürlich zehn Videos pro Argument zeigen, aber das, dann wird das Video drei Stunden gehen und das guckt sich niemand an. Und, ähm, deswegen ganz wichtig zu verstehen, ich kann immer nur sehr, sehr wenig zeigen, aber wenigstens zeige ich eine Quelle, ähm, meistens versuche ich eine Meta-Analyse zu zeigen, eine Meta-Analyse, die fasst Studien zusammen, ne, das ist das beste Studiendesign, was es gibt, das hat die stärkste Aussagekraft, deswegen, ähm, das, ja, in meinem Hinterkopf behalten, ne, wenn ihr denkt, ah ja, jetzt hat er den Punkt zu schnell abgearbeitet, äh, ich habe keine Zeit, das Video, äh, wird so und so schon viel, viel zu lang, deswegen, äh, in meinem Hinterkopf behalten, okay? Deswegen fangen wir einfach mal an mit dem Video. So fängt sein Video an, wir sehen hier ein Whey-Proteinpulver, das ist das allererste, was du in seinem Video siehst, ist ein Proteinpulver, tierisches, isoliertes Protein. Da könnt ihr euch das vorstellen, dann steht da natürlich auch noch so ein absoluter, horrender Nonsens wie biologische Wertigkeit. Wertigkeit, biologische Wertigkeit ist ein Scam, es ist ein absoluter Scam, es ist diese ganzen, diese ganzen Sprüche einfach, alles, was irgendwie mit diesem Marketing zu tun hat, höchste biologische Wertigkeit ist natürlich ein Scam, um den Menschen das Geld aus der Tasche zu ziehen, das sollte so und so jedem klar sein. Punkt Nummer 1 ist, äh, es gab noch nie ein Problem mit Protein, das ist so extrem wichtig zu verstehen, ja, welcher Mensch hat Proteinmangel? So etwas hat niemand und die Menschen scheren sich darum, wo sie ihr Protein herkriegen. Ja, das ist schon der erste Punkt, wo man wirklich, ne, sich an den Kopf fassen muss, dass du brauchst dieses ganze unnötige Protein nicht, wenn du dir die Wissenschaft anguckst, äh, der, der Bedarf eines Menschen, der ist extrem gering, der liegt bei 0,66 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, ja, und den kannst du überhaupt, den, so einen Wert kannst du überhaupt nicht, äh, haben, also so wenig kannst du gar nicht zu dir nehmen. Du isst eine, ich esse eine Schüssel Haferflocken, ja, mit Sojamilch und Bananen drin und Datteln, da habe ich schon mehr Eiweiß zu mir genommen. Deswegen, ja, so wenig kannst du gar nicht zu dir nehmen, also dieser ganze Nonsens mit dem Protein, ja, ich habe eine ganze Playlist, die ich euch gleich zeigen werde, äh, aber ganz wichtig zu verstehen, es gibt kein Problem mit Protein, ja, wenn man Muskelaufbau machen möchte, äh, kann man ein bisschen mehr Protein zu sich nehmen, aber mehr als 1 Gramm, 1,2 Gramm braucht niemand. Deswegen, ja, dieser ganze unfassbare Unfug, äh, mit dem Protein, diese 1,1 Gramm, 1,2 Gramm, ja, das ist schon fast das Doppelte, wie du zu dir nehmen solltest, ja, das kriegst du aus der Ernährung automatisch, automatisch kriegst du das aus der Ernährung, weil Protein ist überall drin, es gibt kein Nahrungsmittel, wo irgendwie Protein fehlt und deswegen, äh, das Ding mit biologischer Wertigkeit, es gibt im Körper ein Aminosäure-Pool, der Körper, du isst, äh, Nahrungsmittel, da wird das Protein aufgespalten und, äh, die Aminosäulen sind in einem Aminosäure-Pool und der Körper nimmt sich das, was er braucht. Deswegen, ja, diese ganze Sache mit biologischer Wertigkeit, absoluter, unfassbarer Nonsens, ein Marketing-Gag, weil, ne, man geht hin und sagt, oh, mein Protein ist höherwertig, kauf das und natürlich kaufen das dann auch alle, ja, weil sie auf solches Marketing natürlich reinfallen. So, und dann fangen wir einfach mal an, fangen wir direkt mit der Wissenschaft an. Der Punkt ist, tierisches Protein heb dein IGF-1-Spiegel an. Habt ihr bestimmt schon einmal gehört. So, wie man hier in dieser Studie sieht, IGF-1 steigert das Risiko an Prostatakrebs zu erkranken. Prostatakrebs ist ein megamäßiges Problem, wenn wir uns die Krebsstatistiken angucken, was ist der Nummer 1 Krebs beim Mann, ist es Prostatakrebs. Woran liegt das wohl? Wer nimmt nicht irgendwelche Proteinpulver? Jeder nimmt irgendwie, jeder achtet darauf, sein Protein zu kriegen. Okay, und dann pushen die Menschen ihr IGF-1-Spiegel und deswegen ist Prostatakrebs auf Platz 1. Okay, weil alle auf diesen unfassbaren Nonsens reingefallen sind mit den Proteinen und haben noch nie überlegt, ja, wer hat einen Proteinmangel? Seit wann, wer hat ein Problem mit Protein? Niemand. Ja, dass das einer nicht realisiert, das ist einfach nur die absolute Härte. Protein ist ein Wachstumssignal für den Körper, es sorgt für Wachstum und nachdem man ausgewachsen ist, will man nicht mehr, dass irgendwas im Körper wächst, aber du sorgst dafür, dass wenn du überschüssig viel Protein isst, der Körper braucht 0,66, wenn du überschüssig Protein isst, dann sorgt das für Wachstum in deinem Körper, vor allem durch das Pushen von IGF-1. Okay, und du sorgst dann halt für Krebswachstum, wie man hier in dieser Studie sehen kann, ja, das ist auch noch eine Meta-Analyse. Deswegen willst du auf keinen Fall dein IGF-1-Spiegel steigern. So, und dann gehen wir einfach weiter. Hier sieht man zum Beispiel, pflanzliches Protein steigert nicht dein IGF-1-Spiegel. Pflanzliches Protein senkt dein IGF-1-Spiegel, ja, also es verhindert, dass unnötig Wachstumssignale gesendet werden im Körper. IGF-1 ist der größte Wachstumsfaktor im menschlichen Körper. Das ist auch da am allerstärksten für Wachstum. Deswegen steigt unser IGF-1-Spiegel an. Wenn wir klein sind und wachsen, dann muss der Spiegel hoch sein. Wir gucken uns da kleinwüchsige Menschen noch an. Sehr, sehr interessante Studie. Aber wenn du ausgewachsen bist, brauchst du dieses IGF-1 nicht. Du willst das eher runterdrücken. Du willst eher niedrige IGF-1-Spiegel haben. Deswegen pflanzliches Protein senkt dein IGF-1, wie man hier sieht. Hier ist das auch noch, hier ist IGF-1 aufgeführt und tierisches Protein hebt dein IGF-1-Spiegel. Pflanzliches Protein senkt dein IGF-1-Spiegel. Das ist ganz genau das, was du haben möchtest. Und dann ist hier die größte Übersichtsarbeit zu diesem Thema die Schädlichkeit von zu viel Protein. Das, was natürlich diese ganzen Leute in der Fitnessszene abstreiten. Ich finde das mega seltsam, weil es gibt auch Bodybuilder, auch im deutschsprachigen Bereich, die erzählen, dass das mit dem Protein natürlich absoluter Nonsens ist. Dass man da diese Unmengen an Protein braucht. Was natürlich absoluter Käse ist, der deine Gesundheit ruiniert. Guckt euch hier diese Übersichtsarbeit. Hier wurde herausgefunden, was Protein, was dieser Überschuss an Protein in deinem Körper macht. Und er macht nichts Gutes. Ihr könnt hier sehen, ich habe es für euch markiert. Ihr könnt es hier sehen. Guckt euch dieses Paper an, Leute. Guckt euch dieses Paper an. Für alle Leute, die irgendwelche Proteinpulver oder so Nonsens zu sich nehmen. Mehr Protein führt zu, also mehr tierisches Protein. Das geht nicht für pflanzliches. Mehr tierisches Protein sorgt dafür, dass dein IGF-1-Spiegel stärker ansteigt. Das sorgt dafür, dass du dadurch, das ist ein Faktor, wie du Krebs kriegst von tierischem Protein. Deswegen sind Tierprodukte, Tierprodukte enthalten alle tierisches Protein. Deswegen sind die alle so schädlich. Und das ist allgemein der wichtigste Punkt überhaupt, den man verstehen muss. Das tierische Protein ist in jedem Tierprodukt. Also löst jedes tierische Protein einen erhöhten IGF-1-Spiegel aus. Deswegen ist vielleicht jedes tierische Produkt so problematisch. Aber zu diesem Punkt kommen wir noch. Das ist dieses Logik-Argument, das man verstehen muss. Und hier wird halt besprochen und bewiesen mit den ganzen Studien, die hier verlinkt sind. Mehr Protein ist schlecht für die Nieren. Die müssen die ganzen Abfallprodukte des Proteinstoffwechsels loswerden. Und vor allem die Säure. Man kriegt mehr Nierensteine, negative Calcium-Balance und dadurch auch mehr Knochenverlust. Wenn du tierisches Protein zu dir nimmst, das besteht aus Aminosäuren. Jeder weiß, dass Tierprodukte säurelastig sind. Und diese Säuren, die führen dazu, dass man zum Beispiel Osteoporose davon kriegt, weil der Körper kann die Säure, die man zu sich nimmt, nicht mit der Nahrung neutralisieren. Die einzige Möglichkeit, wie der Körper Säure neutralisieren kann, ist durch den Knochenweg. Parathormon wird freigestellt und es werden Basen aus den Knochen gezogen, unter anderem Calcium und andere Phosphate, die diese Säure neutralisieren. Deswegen verursachen Tierprodukte, weil sie halt ganz genau diese schwefelhaltigen Aminosäuren haben, sind die so säurelastig. Deswegen führen die zur Osteoporose, weil der Körper die basischen Stoffe aus den Knochen rauszieht. Okay, das ist ganz einfach und ist auch mit Studien bewiesen. Natürlich gibt es da Kontrastudien von der ganzen Industrie, die Tierprodukte herstellt. Aber glaubt doch, so unsinnig glaubt, denkt logisch nach. Macht es Sinn, dass es so die Knochen kaputt macht? Macht es Sinn? Es macht absolut Sinn. Und wurde auch mit Studien bewiesen. Okay, warum gibt es keine Studien, die zeigen, dass Erdbeeren irgendwie Knochenmaterial lösen? Die sind basisch, kommt das auch noch dazu. Die haben halt diese Verteilung an schwefelhaltigen, also sehr säurelastigen Aminosäuren nicht. Deswegen hier der Punkt zu Protein. Ich habe eine ganze Playlist gemacht zu den ganzen Folgen von tierischem Protein. Könnt ihr euch angucken, ich werde die hier unten verlinken. Sehr, sehr wichtig, damit die Menschen das mit dem Protein auf die Reihe kriegen, weil das wirklich so elementar wichtig ist, aufhören, sich dieses ganze unnötige, unfassbar unnötige Protein reinzuschaufeln, das kein Mensch braucht. Deswegen gehen wir weiter. Wir haben ja noch gar nicht angefangen mit dem Video und es sind schon 16 Minuten rum. So Freunde, euer Simon hier. Es ist Freitag. Wir haben Thema Wissen und Lifestyle. Und heute ein nicht nur spannendes, sondern meiner Meinung nach eines der wichtigsten Themen überhaupt, nicht nur auf meinem Kanal, sondern insgesamt in der ganzen digitalen Welt. Ich habe wirklich die Verantwortung. Ich mache öfter mal ähnliche Videos, aber dieses Video muss einfach sein. Es ist entstanden aus einem Kommentar, der wieder mal kam, aber es gibt ganz, ganz viele solche Kommentare. Und zwar geht es heute um das Thema, glaubt bitte nicht alles, was ihr glauben wollt oder was euch irgendjemand sagt. Auch das, was ich sage, sollt ihr hinterfragen. Das habe ich gemacht. Ganz wichtig, ich werde auch mich oder auch meine Aussagen, ich werde euch sagen, dass ihr auch nicht nur auf meine Meinung zählen sollt, wenn es darum geht, was ihr glauben sollt. Ganz kurz zurückschwenken. Letzte Woche hatte ich ein Mittwochsvideo gemacht, wo ich ein schönes Frühstück gemacht habe. Und da kann man einen Kommentar, ich blende euch den ein, hier in unserem neuen Superstudio, nein, aber hier kann ich ganz schön Sachen einblenden und so weiter, hier kann ich schön reden. Da kann man einen Kommentar, ich weiß ihn nicht genau, aber wie gesagt, ich blende euch den ein, ihr könnt euch auch durchlesen. Und dann stand irgendwie grob vom Inhalt, Simon, nach der ganzen Milchrückrufaktion, müsstest du doch wissen, das sind auch immer die Kommentare, die so sehr von oben herab sind, so sehr arrogant, so, du müsstest doch wissen und das ist doch schon längst klar und jeder, der das nicht weiß, liest nicht oder ist blöd. Und das sind immer, ihr kennt alle diese Kommentare. Was ich dazu sagen will, diese ganze Sache mit Arroganz, das sieht so arrogant aus und sowas. Ich habe festgestellt, woher das kommt. Das kommt daher, dass wenn Menschen mehr wissen als man selber, dann kommen sie einem arrogant vor. Ich hatte früher das Gefühl, als ich noch Fleischesser war, dass sie vegan arrogant sind, weil die mir überlegen waren. Wollte ich natürlich nicht zugeben, aber das lag daran, dass ich sie so arrogant wahrgenommen habe. Als ich dann veganer wurde und das auch alles selber gelernt habe und noch viel, viel weiter ging, wurden die auf einmal nicht mehr arrogant. Auf einmal habe ich die Videos von denen geguckt und dachte mir so, ja, okay. Das ist, wenn du dich angegriffen fühlst und das für dich arrogant vorkommt, dann liegt es daher, dass der Mensch mehr weiß als du. Das ist das Problem. Vielleicht erscheine ich für dich gerade arrogant. Das liegt daran, dass du wahrscheinlich den Verdacht hast, dass ich vielleicht ein bisschen mehr Hintergrundinformationen habe als du. Das ist das Problem dabei. Da kann man nichts machen, außer sein Wissen erweitern. Das meine ich auch damit, das was man glauben will. Leute versuchen das auch dann so stark immer zu, wollen die Leute immer sehr, sehr stark auf ihre Seite ziehen. Du müsstest doch wissen, dass Milch eindeutig krebsverursachend ist. Krebs verursacht doch Gift. Krebs verursacht doch Gift, also... Krebs verursacht ganz eindeutig Krebs. Krebs verursacht Krebs, das haben wir auch gehört. Und auf jeden Fall ist es natürlich so, dass Milch Krebs verursacht. Ja, ganz genau so ist das. Und das weiß doch schon längst jeder. Und dann habe ich einfach... Genau, das weiß schon längst jeder. ... darauf geschrieben, weil diesen Kommentar... Nur du anscheinend nicht. ... fand ich einfach so typisch, wie da habe ich einfach geschrieben, dass es keine kausale Studie oder keine Studie gibt, die einen kausalen Zusammenhang zwischen Milchkonsum und Krebs gibt. Und dass doch da bitte dann was gezeigt wird. Dann hat einer drunter geschrieben, ja Simon, nach meiner Antwort, ja Simon, doch, das weiß ich auch schon längst. Und da ist wirklich so dieses, das weiß ich auch schon längst, das ist doch schon längst klar. Und dann hat derjenige wieder geschrieben, ganz kurz, ich will auch gar nicht, mit Himmels Willen, Simon, hör auf. Also wirklich wieder so dieses von oben herab und du hast doch gar keine Ahnung und bla... Ja, du hast auch keine Ahnung, wenn du nicht weißt, dass Milch krebserregend ist. Hier zum Beispiel diese Meta-Analyse, Meta-Analyse zeigt, es gibt sehr wohl eine positive Korrelation zwischen Milch und zum Beispiel Prostatakrebs. Und ich frage dich, Simon Teichmann, warum gibt es keine positive Korrelation zwischen Kiwis und Prostatakrebs? Zwischen Äpfeln und Prostatakrebs? Beantworte mal diese Frage. Deswegen hier dieser unsägliche Nonsens, den er hier erzählt, dass es keine kausalen Zusammenhänge gibt. Das ist natürlich ein No-Brainer. Simon, wenn du hingehst und sagst, es gibt keinen kausalen Zusammenhang, dann musst du auch sagen, dass Rauchen nicht ungesund ist. Es gibt keine einzige Studie, die einen kausalen Zusammenhang zwischen Zigarettenrauchen und Lungenkrebs festgestellt hat. Es gibt so eine Studie nicht. Also glaubst du, Rauchen ist schädlich oder nicht? Wenn du denkst, Rauchen ist schädlich, dann berufst du dich darauf, dass es Korrelationsstudien gibt. Und ganz genau dasselbe gilt beim Thema Ernährung. Und da leugnest du es aber. Fällt dir etwas auf? Warum leugnest du es beim Thema Ernährung, aber beim Thema Zigaretten nicht? Erklär mir das mal. Erklär das mal deinen Zuschauern. Okay? Der nächste Punkt ist auch, diese Leugnung geht ja auch dahin, dass diese Sachen mit Hormonen. Die Menschen denken tatsächlich in Milch, sind Hormone, aber die sind nur da, weil der Mensch die dort reingetan hat. Zum Beispiel damit der Euter größer wird, damit die mehr Milch produzieren. Und ich frage diese Menschen immer wieder, erklär mir jetzt in einer Kuh, wenn eine Milchkuh auf der Weide steht. Hat die lebend, hat die Hormone in sich, trägt die Hormone in sich? Ja, ziemlich viele Hormone, wahrscheinlich Millionen von Hormonen, genauso wie der Mensch, überall Hormone, überall in deinem Körper. Und ich frage dann, bei welchem Verarbeitungsprozess gehen die Hormone verloren? Kannst du mir das mal erklären? Bei welchem Verarbeitungsprozess? Wenn das dann bei dir auf dem Teller liegt, sind da dann das Stück Fleisch, sind da keine Hormone mehr drin? Wann gehen die Hormone verloren? Erklär mir das mal. Oder in Kuhmilch zum Beispiel. In Kuhmilch sind keine Hormone. Zum Beispiel von der eigenen Kuh, Biomilch, noch nie irgendwie Antibiotika gekriegt, gar nichts. Da sind keine Hormone drin. In Muttermilch sind keine Hormone drin. Really? Okay, guck mal, es gibt hier so ein lustiges Bild. Hier ist ein kleiner Ausschnitt von Hormonen in Kuhmilch. Ja, und daneben ist auch die Studie, wo das nachgewiesen wurde und mit welcher Methode. Ja, da steht da Analytical Method. Und das sind einige der Hormone in Kuhmilch, die immer in Kuhmilch drin sind, völlig egal welche Milch. Es ist doch ganz normal. Wenn man dir ein Ohrläppchen abschneidet, dann hast du im Ohrläppchen Hormone, das ist Gewebe. Wie kann denn irgendetwas keine Hormone drin sein? Irgendwas von einem Lebewesen? Erklär mir so etwas mal. Und dann gibt es da halt die Wissenschaft, die ist da hingegangen und hat überprüft, haben diese Hormone, also allgemein, halt rein logisch, wenn man das zu sich nimmt, ja, Kuhmilch, das ist ja vollgestopft mit Hormonen, was logisch ist. Das ist Muttermilch von einer Kuh. Ja, da sind Hormone, da sind Signale, auch Wachstumsfaktoren. Und IGF-1 ist da drin, damit das Kalb schnell wächst. Deswegen, so wird ja die Muttermilch zusammengebaut, genauso wie bei einer Frau. Ja, es werden Hormone geschickt, die bauen diese Milch zusammen. Ah, der Fötus, der braucht diese Hormone für die Schilddrüse, diese Hormone fürs Gehirn, diese Hormone fürs Herz, diese Hormone fürs Stoffwechsel. Und so mit diesen Signalen wird die Milch zusammengebaut, bei einer Frau. Ja, und die füttert dann das Kind damit. Okay, und bei der Kuh ist das doch genau dasselbe, das ist voll mit Hormonen. Und hier ist man dann hingegangen, zum Beispiel in dieser Studie. Es gibt ja dann diese Artikel, die behaupten, Kuhmilch enthält keine Hormone, oder diese ganzen Seiten, die einem das schlechte Gewissen nehmen und erzählen, das hat gar keinen Einfluss und so. Und dann gibt es Studien, die actually Wissenschaft, du gehst in die Wissenschaft und guckst dir an, Menschen hier zum Beispiel trinken Kuhmilch. Was passiert mit ihren Hormonen, könnt ihr das sehen? Das ist hier Estrone, das ist Estradiol und das ist Estriol. Das sind drei Östrogene. Und hier seht ihr den Basalwert, den normalen Wert, der liegt ungefähr bei 500. Und wenn sie Kuhmilch trinken, dann steigt dieser Wert ganz dramatisch an. Von 500 auf 800, hier Streuung bis fast 1000. Hier bei diesem hier, B ist Estradiol zum Beispiel von 150 auf 250. Oder hier zum Beispiel das ziemlich übel, Estriol von 20 auf 80. Wie viel das, ne, vervielfacht sich dieser Spiegel bei dir im Blutserum. Ja, das ist im Urin, das ist im Serum. Okay, und wenn man das Kindern gibt, dann ist das noch viel dramatischer. Guckt euch das mal an. Wenn du einem Kind Kuhmilch fütterst, ja, er hat ja auch Kinder, ja, oder ein Kind oder was auch immer. Dann fütterst du deinen Kindern etwas. Hier siehst du, was bei denen im Körper passiert. Der Spiegel steigt von 20 auf 80. Das tut man den Kindern an. Okay, jeder, jeder Kinderarzt empfiehlt Kuhmilch und jedes Kind kriegt Milch. An Kindergärten wird Milch geliefert. Und das passiert im Körper der Kinder. Wer will das hier? Wer will das seinem Kind antun? Erklär mir so etwas mal. Okay, diese ganze Leugnung von der... Da sind keine Hormone drin. Die haben keinen Einfluss auf den Menschen. Die tun nichts. Die tun nichts. Also ich will meinen Östrogenspiegel von einem bestimmten Östrogen nicht verfünffachen. Will ich nicht. Ja, ich denke nicht, dass das gesund ist, wenn man so etwas tut. Ja, das ist diese unfassbare Leugnung, die ich nicht verstehen kann. Aber halt, ja, das ist... Man muss sich das schlechte Gewissen gut drehen. Vor allem, wenn man selbst Kinder hat und diese Kinder füttert mit diesen Tierprodukten. Deswegen macht man solche Videos dann, wo man das runterreden. Muss für das Gewissen. Okay? Das ist so extrem wichtig zu verstehen. Blablabla und da irgendwie eine Studie verlinkt. Und ich habe mir die wirklich angeguckt. Die zeigt eben keinen kausalen Zusammenhang. Es gibt keinen. Vielleicht ganz, ganz kurz. Es geht gar nicht um Milchthema. Überhaupt nicht. Es geht insgesamt einfach um das Thema, dass man einfach nicht irgendwas behaupten soll. Und dass ihr das nicht glauben sollt. Es gibt keine... Wie wütend der ist, ne? ...Studie, die zwischen Milchthema und Milchthema... Milchkonsum und... Also, man kann es auch gar nicht geben. Man müsste... Und hier sagt er, kann es ja gar nicht geben. Und hier, warum regst du dich dann darüber auf, wenn es so eine Studie gar nicht geben kann? Es kann keine Studie geben, die einen kausalen Zusammenhang zeigt. Warum geht das nicht? Weil es dann die Tierproduktindustrie nicht mehr gäbe. Weil der Mensch trinkt Milch, kriegt Krebs davon. Auf dem Krebs steht drauf, ich wurde von Milch erzeugt. Und dann dürfte man keine Milch mehr verkaufen. Deswegen gibt es Tierprodukte in Supermärkten. Deswegen essen alle Menschen Tierprodukte, weil man nicht nachweisen kann, dass es davon kommt. Deswegen kommt die Tierproduktindustrie ungeschoren davon, obwohl die Menschen alle ruiniert. Die Menschen sterben an Krankheiten. Diese Krankheiten fallen nicht vom Himmel. Es sind nicht die Gene. Es ist nicht die Luft. Das ist das Essen, was sie in den Körper reintun. Und sie sterben davon. Sie kriegen die schlimmsten Krankheiten. Aber das kann man nicht nachweisen. Auf einem Tumor steht nicht drauf, wo er herkommt. Und es gibt keinen Kausalzusammenhang. Aber du musst genauso sagen, Rauchen ist nicht schädlich. Weil es gibt keinen Kausalzusammenhang. Okay? Deswegen dieses Argument überhaupt. Wie der darauf rumreitet. Dieses, es gibt keinen Kausal, es gibt keinen Kausal. Kann es ja auch nicht geben. Du sagst es doch selber. Also warum reitest du darauf überhaupt rum? Wenn es keinen Kausalzusammenhang geben kann. Überhaupt. Eine Gruppe nehmen. Eine zweite Gruppe. Der eine müsste mal Milch geben. Der andere keine Milch. Am besten etwas, was ähnlich ist wie Milch. Damit eben die nicht wissen, ob sie Milch bekommen oder nicht. Am besten eine Doppelblindstudie, wo auch die Studienleiter nicht wissen, welche Gruppe was bekommt. Und dann müsste man tatsächlich gucken, ob diejenigen mit Milch mehr zu Krebserkrankungen neigen. Dann wäre das ein kausaler Zusammenhang von... Nein, wäre es nicht. Was ist, wenn diejenigen, die keine Milch trinken, mehr rauchen? Ja, also wäre es einfach ein anderer Faktor. Und dann würden die gleich viel Krebs kriegen. Also verstehst du, es wäre auch dann kein Kausalzusammenhang. Und Milch zu Krebs. Das gibt es nicht. Das wird es auch nicht geben. Die Studie zum Beispiel war auch eine korrelative Studie, wo das überhaupt nicht rauskam. Doch, es kam raus. Nicht, dass es einen Kausalzusammenhang gibt, aber eine Korrelation. Und das ist extrem wichtig, weil das sagt ja etwas. Es gibt nicht umsonst hunderttausende Studien, die belegen, dass Tierprodukte schädlich sind. Warum gibt es diese Korrelation? Und hier kommen wir halt ganz genau zum Thema Grundsatzlogik. Das ist so einer der wichtigsten Punkte überhaupt für mich, weil das einfach, weil das die grundsätzliche Logik eines Menschen ist. Einen Menschen, der wirklich geistig gesund ist, bei dem alles oben funktioniert. Grundsatzlogik. Simon Teichmann, ich frage dich hier. Bitte, bitte versuch, diese Frage zu beantworten. Wenn man jetzt auf offizielle Seiten geht, ja, offizielle Seiten, offizielles Wissen, das, was ich hier mache, mit diesen Studien hier, das ist alles inoffizielles Wissen. Okay, es gibt halt das inoffizielle Wissen. Darum geht es hier auf meinem Kanal, es gibt das offizielle Wissen. Ja, das, und wenn sich beide, ähm, beide einig sind, beide das gleiche aussagen, dann ist das schon sehr, sehr stark. Okay, und jetzt gibt es nun mal eine öffentliche Meinung über Milch. Okay, und jetzt geht es zum Beispiel auf eine öffentliche Seite. Sowas wie Wikipedia und gibt es dort Milch ein. Und dann gibt es hier einen Reiter, der heißt gesundheitliche Aspekte und da drückst du drauf. Und dann stehen hier verschiedene Sachen, okay. Dann steht hier zum Beispiel, dass es irgendwas mit Allergien zu tun hat. Dass es irgendwas mit Arzneimittelrückständen zu tun hat. Mit Diabetes, mit Arthritis, mit Keimbelastung, mit Krebs, mit Parkinson, mit Unverträglichkeiten. Und ich frage dich, Simon, warum gibt es diese Zusammenhänge und warum gibt es diese Zusammenhänge nicht mit pflanzlichen Nahrungsmitteln? Beantworte mir mal diese Frage. Wenn du jetzt auf einen Apfel gehst zum Beispiel und du gehst da auf die gesundheitlichen Auswirkungen, dann steht dort, dass bis zu 50% weniger Tumore. Woran liegt das? Das musst du mir mal beantworten. Das ist immer die Grundsatzlogik, wovon ich immer spreche. Erklär mal grundsätzliche Logik. Warum gibt es diese Korrelation? Warum gibt es 10.000 Studien gegen Milch? Das zeigt, dass Milch Krankheiten auslöst. Aber diese 10.000 Studien, sagen wir mal, sagen wir mal, diese Studien sind falsch interpretiert, die sind bezahlt von der Obstindustrie, die sind falsche Aussagen, falsche Methodik, alles mögliche falsch. Also diese Studien, die stimmen alle nicht. So, das ist ja höchstwahrscheinlich deine Aussage, weil es gibt ja diese Studien. Ich werde mein Dokument hier verlinken. Da sind ein paar hundert Studien zu allen möglichen Themen und ich frage dich, warum gibt es diese Studien nicht auch über Erdbeeren, dass Erdbeeren diese ganzen Sachen verursachen, die sogar offiziell gesagt werden. Und ich frage dich, warum gibt es diesen Zusammenhang mit diesen ganzen Krankheiten? Wie kommt dieser Zusammenhang Diabetes, Krebs und alles? Wer hat sich das ausgedacht? Das muss sich ja jemand ausgedacht haben. Das verursacht das und das und das. Es gibt 10.000 Studien darüber. Warum gibt es die? Warum gibt es die nicht über Kirschen? Warum gibt es die nicht über Bananen? Verstehst du das? Verstehst du, dass das da, es gibt da einen Fehler, das ergibt keinen Sinn, dass es so viele Studien dazu gibt, dass jeder erzählt, Milch macht krank. Warum erzählt das jeder? Warum erzählt nicht jeder, Mandeln machen krank? Warum erzählt nicht jeder, Kiwis machen krank? Beantworte diese grundsatzlogische Frage. Okay, und dann wirst du vielleicht verstehen, warum es Menschen gibt, die Veganer sind. Und ich kann es dir sehr, sehr gerne erklären, warum das so ist, dass diese ganzen Tierprodukte in Zusammenhang, ja, Korrelationsstudien, tausende, aber tausende von Korrelationsstudien gibt, weil sie die Inhaltsstoffe haben. Und das ist der wichtigste Punkt überhaupt, den man verstehen muss. Links siehst du die Inhaltsstoffe von Tierprodukten und rechts die von pflanzlichen Produkten. Deswegen gibt es diese Zusammenhänge, verstehst du, weil sie die Inhaltsstoffe dafür haben. Daran erkennt man halt, ob ein Mensch wirklich sich mit Studien auch auskennt, indem er nicht hingeht und sagt, okay, es gibt Studien über Milch, es gibt Studien über Fleisch, die stimmen, die stimmen nicht, was auch immer. Du erkennst daran, ob er jemand Ahnung hat, indem er hingeht und sagt, es ist nicht die Milch einfach so, einfach nur hingesagt die Milch, es sind die Inhaltsstoffe der Milch. Und wenn du das verstanden hast, dass es die Inhaltsstoffe sind, dann verstehst du, warum alle Tierprodukte immer im Zusammenhang stehen, ja. Man hört immer Fleisch und Krebs, ja, Cholesterin, Herzinfarkt, Herz-Kreislauf-Probleme, warum nicht Erdbeeren und Herz-Kreislauf-Probleme? Weil Erdbeeren die Inhaltsstoffe nicht dafür haben, die sind rechts. Die Inhaltsstoffe hier, Herz-Kreislauf-Probleme links, Cholesterin. Okay, sie haben die Inhaltsstoffe und das ist der wichtigste Punkt überhaupt, den man verstehen muss. Wer das verstanden hat, der hat alles verstanden, der hat das Thema Ernährung komplett verstanden. So einfach ist das. Es hat die Inhaltsstoffe, deswegen gibt es diese Zusammenhänge, deswegen gibt es diese ganzen Korrelationsstudien. Ist das verständlich, ist das logisch? Von daher, ich hoffe, das wurde jetzt klar. Viele werden jetzt auch sagen, und da hat er, glaube ich, auch drunter geschrieben, Simon, das sagst du ja nur, weil du deine Whey verkaufen willst und so weiter. Genau, das sagst du deswegen. Glaubt mir, ich schwöre euch, bei allem, was ich habe, ich bin... Ich glaube dir nicht, deswegen machst du solche Videos und immer wieder Videos, wo du Tierprodukte verharmlost. Der größte Whey-Konsument. Wenn ich wüsste, dass es einen Zusammenhang zwischen Krebs und Milch zum Beispiel gäbe, oder zum Beispiel... Ein Zusammenhang, ein Zusammenhang, es gibt keinen Zusammenhang, es gibt 10.000 Studien, die das belegen. Ich habe hier eine Studie davon gezeigt, hier zum Beispiel eine Meta-Analyse, das heißt ganz, ganz viele Studien. Ich kann immer nur eine Studie zeigen, ich habe es euch gesagt. Okay, und hier habe ich eine Studie genommen. Wenn du hunderte oder tausende Studien sehen willst, dann guckst du meine Milch-Videos oder gehst in meine Datei rein, wo ich meine Quelldatei, wo die ganzen Studien aufgeführt sind, da sind ein paar hundert aufgeführt. Also es gibt einen Zusammenhang. Deswegen erzählt auch offiziell alles, dass es einen Zusammenhang gibt. Frag dich mal, warum es da einen Zusammenhang gibt. Vielleicht wegen der Inhaltsstoffe. Ich wäre der Erste, der Erste, der Whey alles tierisch rausnehmen würde und nur noch veganes Protein machen würde. Ich bin kein... Das meine ich auch mit... Glaub nicht, dass was hier... Was würdest du dann mit deinen ganzen Videos machen? Du blendest am Anfang immer diese Sachen ein. Wie kriegst du die wieder aus dem Video raus? Willst du alle deine Videos schneiden oder was? Oder deinen Kanal herunternehmen oder was willst du machen? Siehst du, du kannst das gar nicht mehr rückgängig machen, glaube ich. Ich bin kein militanter Esstfleisch. Ganz im Gegenteil. Ich würde... Ich weiß, dass es Leute gibt, die würden das gerne glauben. Das ist ganz genau das Problem, was ich auch bei vielen sehe, bei vielen Fitness-Youtubern und Low-Carbern, dass sie immer ankommen mit, ich bin nicht gegen vegan, aber... Genauso erzählt er hier, Tierprodukte, genau dasselbe Thema. Er ist eigentlich für Pflanzen und Tierprodukte eigentlich weniger und sowas und verteidigt die ganze Zeit Tierprodukte. Also er widerspricht sich hier, aber das sieht man bei allen, bei jedem Low-Car, bei jedem Fitness-Youtuber. Siehst du, dass das mit den Supplementen oder dass solche YouTuber auf einmal vegan gut finden, obwohl sie eigentlich immer dagegen waren. Das liegt an zwei Sachen. Erstens, sie verkaufen Programme extra für Veganer, weil man mit denen Geld machen kann. Und weil sie Supplements verkaufen, kennt ihr zum Beispiel Wolf Performance, vegane Supplemente rausgebracht, auf einmal ist vegan doch ganz toll. Vorher war man eigentlich ziemlich dagegen, aber dann auf einmal doch ganz toll. Das liegt daran, weil man damit Geld verdient. Ich glaube ich sogar auch. Ich fände es vielleicht sogar ganz gut, wenn es so wäre, weil ich bin gegen hohen Fleischkonsum, ich bin gegen Massentierhaltung, und da hat er jetzt wieder was gesagt, er ist gegen Massentierhaltung. Und das ist jetzt wieder ein Punkt, hier fängst du dann an mit Moral, und das ist hier dieser Punkt einfach Marketing-Gag, um Menschen das Geld aus der Tasche zu ziehen. Simon, ich frage dich, du bist gegen Massentierhaltung, aber du bist nicht gegen Tierhaltung. Kannst du das erklären? Kannst du das erklären? Wie ist Massentierhaltung was anderes als Tierhaltung? Also was ist dein Problem mit Massentierhaltung? Dass die Tiere da irgendwie zu wenig Platz haben? Also wenn dein Tier genug Platz hat, dann hast du auf einmal nichts mehr dagegen, dass es ausgebeutet, geschändet und getötet wird. Da hast du auf einmal nichts mehr dagegen. Aber wenn die zu eng aneinander stehen, dann hast du was dagegen oder was? Das ist wieder so, wie man auch so etwas reinfallen kann. Ihr seht hier, habe ich die ganzen Tricks der Lebensmittelindustrie aufgeschrieben. Massentierhaltung schlecht, Tierhaltung gut, Schlachtung schlecht. Was machen wir? Wir setzen ein humanes Wort davor, damit das nicht mehr sich so grausam anhört. Humane Schlachtung und alle fallen darauf rein. Fleisch aus humaner Schlachtung oder Eier aus artgerechter Haltung. Haltung ist schlecht, aber artgerecht nicht. Artgerecht ist nur die Freiheit. Wenn ich deinen Hund nehme und den in einen Käfig einstecke, einmal einen Meter, fühlt er sich nicht wohl oder hältst du was dagegen? Wie wäre es mit 10 Meter? Er ist immer noch im Gefängnis. Will er auch nicht. Wie wäre es mit 100 Meter? Wird er sich auch nicht wohlfühlen für den Rest seines Lebens? Ist egal, wie groß du das Gefängnis machst. Es ist ein Gefängnis. Freiheit braucht das Tier. Genauso, nimm das Beispiel dich. Wir nehmen dich, stecken dich in eine Zelle, 2x2 Meter. Ist zu klein für dich. Wir machen es 20, 20 Meter. Zu klein für dich, 200, 200. Und du merkst, es ist völlig egal, wie groß das Gefängnis ist. Es ist immer zu klein. Du willst Freiheit haben. Und die Tiere auch. So viel zu artgerechter Haltungen. Tiere töten schlecht. Nutztiere töten nicht schlecht. Tiere, man nennt die dann Haustiere, um die unterscheiden zu können. Was darf man töten und was nicht? Ist aus Jux und Tollerei hier. Simon Teichmann beantwortet die Frage, was ist der Unterschied zwischen einem Hund und einem Schwein? Ja, du isst Schwein oder Rind oder Huhn und isst dein Hund nicht. Beschreib mal den Unterschied. Den realen Unterschied. So, warum darf man das eine Tier essen und das andere nicht? Den realen Unterschied. Erklär mal. Nicht jetzt ankommen mit, mit, ja das ist Kultur und sowas. Ja genau, Kultur. Das heißt, nach Jux und Tollerei entscheidet man das. Hier darf man keine Hunde essen. In China darf man Hunde essen. In anderen Ländern essen sie Pferd. Also was jetzt, ne? Das entscheidet man nach Jux und Tollerei. Genauso entscheidest du das. Einfach aus Jux und Tollerei. Okay, erklär den Unterschied. Es gibt keinen. Deswegen kannst du ihn auch nicht erklären und konnte auch noch nie irgendjemand erklären. Deswegen hör auf mit dieser unfassbaren Heuchelei zu sagen, du bist gegen Massentierhaltung. Wenn du gegen Massentierhaltung bist, in Wirklichkeit dagegen bist, dann bist du gegen Tierhaltung. Okay, sag mal Tierhaltung und nicht Massentierhaltung. Ich möchte, dass das weniger wird. Ich möchte euch aufzeigen, dass es auch ohne Fleisch geht. Aber zu sagen, dass Way schlecht ist oder dass Fleisch krebserregend ist oder Milch krebserregend ist, ist einfach falsch. Es ist falsch. Es ist falsch, dass Milch krebserregend ist. Ich habe dir gerade genau das Gegenteil bewiesen und dir wird es gleich noch viel, viel klarer werden. Dass Fleisch krebserregend ist, ist auch falsch. Also ab diesem Punkt hier, wo er, ab diesem Punkt im Video Minute 4, 25 muss ich ihm wirklich schon Böswilligkeit unterstellen, weil das kann niemand wirklich glauben. Die WHO hat damals sogar gesagt, die Weltgesundheitsorganisation, die hat 800 Studien auswerten lassen von Agenturen und ist dazu gekommen, zu der Aussage gekommen, dass Fleisch krebserregend ist. Okay, und das zu leugnen, das zu leugnen, immer noch heutzutage zu leugnen, dass Fleisch krebserregend ist. Wieder derselbe Punkt. Warum gibt es so viele Studien? Warum gibt es 10.000 Studien gegen Fleisch? Warum ein paar hundert habe ich dir verlinkt in meinem Dokument? Warum gibt es diese Studien? Die Antwort lautet darauf, es hat die Inhaltsstoffe. Siehst du, Fleisch besteht aus dem Links und Milch besteht aus dem Links und Eier bestehen daraus. Deswegen gibt es Menschen, die hingehen und sagen, nicht nur Fleisch ist ungesund, sondern auch Milch und auch Fisch und auch Eier. Weißt du warum? Weil sie alle aus denselben Inhaltsstoffen bestehen. Die stehen links. Verstehst du? Deswegen gibt es Menschen, die solche Aussagen treffen, weil sie logisch denken können. Sie verstehen, dass es die Inhaltsstoffe sind. Und wenn ein Inhaltsstoff Krebs auslöst und dieser Inhaltsstoff ist überall drin, dann löst alles, wo das drin ist, Krebs aus. Ist das logisch oder nicht? Aber dazu kommen wir gleich noch. Das ist Mechanistic Data. Gleich sind wir soweit. Und dann wird ihm hoffentlich auch ein Lichtlein aufgehen. Aber so viel dazu. Fleisch löst auch keinen Krebs aus. Ist nicht krebserregend. Mann, also da wirklich. Da war bei mir vorbei mit der Freundlichkeit und sowas, als er das gesagt hat. Weil da habe ich gemerkt, hier geht es wirklich nur noch um das schlechte Gewissen und nichts anderes. Ethisch können wir nicht drüber streiten. Es ist ethisch. Ja, können wir nicht drüber streiten. Warum hältst du dich dann ethisch nicht daran, sondern machst genau das Gegenteil von deiner Ethik? Ja, du lässt Tiere ausbeuten und ermorden. Okay, und du sagst, es ist absolut richtig, was Veganer sagen. Da kann man nichts gegen sagen. Also warum machst du es selber? Warum verursachst du selber dieses ganze Leid? Und arbeitest gegen deine Ethik? Ja, kognitive Dissonanz. Ethisch gesehen nicht gut, vielfach Tiere zu essen. Aber aus gesundheitlichen... Fachtiere. Also es gibt einen Unterschied, wie Nutztiere. Gerade gezeigt, Nutztiere, Fachtiere habe ich noch nie gehört. Aber es ist wieder ein Begriff. Fachtiere darf man essen, aber Tiere nicht. Und Haustiere schon mal auch nicht. Entscheidest du so, das darf man essen, das darf man nicht essen. Kann das sein? Überleg mal ganz genau. Aus welcher Sicht ist es falsch und es gibt keine Studie. Viele werden dann auch sagen... Es gibt keine Studie. Ja, nur 100.000 Gegentierprodukte. Ja, aber Simon, kennst du die China Study nicht? Ich wende euch die mal wieder ein. Nein, die China Study belegt eindeutig Krebszusammenhang zwischen ganz, ganz vielen Zivilisationskrankheiten und Fleischkonsum und so weiter. So die Bibel der militanten Veganer, würde ich jetzt sagen. Genau. Bitte, das meine ich auch. Viele sagen dann, ja, aber hast du die... Die haben die selber nicht gelesen. Hätten sie... Du hast die nicht gelesen und jetzt beweist du, warum nicht. Hätten sie gelesen, wüssten sie, dass die China Study keine Studie ist. Die China Study... Da habe ich auch ein Video schon drüber gemacht. Die China Study ist keine Studie. Okay. Die China Study ist keine Studie. Wirklich. Warum heißt sie dann China Study? Warum heißt das Buch China Study? In dem Buch China Study geht es um die China Study. Deswegen heißt das Buch so. Die China Study ist keine Studie. Das ist so ein unfassbarer Nonsens, der null Sinn ergibt. Und T. Colin Campbell, der hat das Buch geschrieben, leitet das China Cornell Oxford Project eine epidemiologische Studie an der Cornell University und der University of Oxford im ländlichen China. Das ist eine Studie. Es geht in dem Buch um eine Studie. Okay. Das ist seine Studie. Er leitet sie mit Arbeit der Cornell University und der University of Oxford. Von daher zu sagen, das ist keine Studie. Das heißt einfach nur aus Langeweile China Study, oder? Es ist eine falsche. Und das könnt ihr bitte, und ich möchte dazu aufrufen, ihr solltet jetzt auch nicht mir einfach blind glauben, recherchiert und ihr werdet rausfinden, dass die China Study ein Buch ist, das die Zusammenhänge, die kausalen Zusammenhänge falsch darlegt. Die Daten werden falsch, falsch dargestellt. Gibt es zig Studien, die sich die Rohdaten genau angeschaut haben. Ja, zig Studien gibt es dazu. Warum blendest du sie nicht ein und verlinkst sie nicht? Die Widerlegungsstudien. Es kommt einfach nicht das raus, was die Autoren in diesem Buch behaupten. Doch, ganz genau, das kommt da raus. Ihr könnt es nachlesen. Du hast es niemals gelesen. Ihr sollt mir nicht glauben. Ja, ich glaub dir auch nicht. Wisst ihr, woher das kommt, dass die China Study widerlegt wurde? Wie das überhaupt entstanden ist? Also musste ja entstehen, weil es ist eine Vegan-Studie, Pro-Vegan-Studie. Die sind alle widerlegt von solchen Menschen wie ihm hier und von Low Carbern. Wisst ihr, wie das angefangen hat? Der Erste, der das widerlegt hat, das war Udo Pollmer. Das ist Udo Pollmer. Wer Udo Pollmer nicht kennt, der hat die China Study als allererster widerlegt. und das haben Leute wie er aufgeschnappt und Low Carbern und haben das weitererzählt, das, was Udo Pollmer erzählt. Und so ist das entstanden. Und der erzählt hier ganz genau das, was Udo Pollmer erzählt. Der hat die China Study niemals gelesen, der hat das Buch niemals gelesen und er gibt einfach das wieder, was er von Low Carbern und von solchen Leuten wie Udo Pollmer gehört hat. Ganz, ganz einfach. Ich bin jemand, der da völlig objektiv rangeht. Du hast mit Objektivität nichts zu tun. Du bist der unobjektivste Mensch, den ich seit langem gesehen habe. Du gehst da absolut emotional an das Thema. Du verteidigst hier dein schlechtes Gewissen, Simon. Absolut objektiv. Ich bin kein Veganer, ein Lager, der das sagen muss und ich bin auch nicht auf dem anderen Lager. Ich möchte euch einfach nur sagen, dass es gefährlich ist, einfach Leuten zu glauben, nur weil sie da irgendwie was behaupten. Besonders solltet ihr vorsichtig sein bei Korrelationen. Korrelationen, Zusammenhänge, die aber nicht kausal sind. Es gibt überall Korrelationen. Nehmen wir einfach mal eine Korrelation. Und deswegen, ich möchte auch hier bei diesem Thema eben ein bisschen Richtung Politik gehen. Ein bisschen. How dare you? Ich weiß, Politik sollte man nicht anfassen, aber ganz vorsichtig. Ich weiß nicht, ob es solche Korrelationen gibt, aber ähnliche Korrelationen werden sehr häufig benutzt. Man sagt zum Beispiel, nehmen wir einfach mal als Beispiel, in den Städten, wo mehr Polen leben, gibt es mehr Diebstähle. Und diese Korrelation kann es tatsächlich geben. Heißt es jetzt aber, dass die Polen ursächlich dafür verantwortlich sind, dass dort mehr geklaut wird? Nein, muss es nicht. Und eine Korrelation sagt nichts aus. Eine Korrelation sagt nichts aus. Der Studienexperte, niemals vergessen. Geh mal zu einem Wissenschaftler in einer Universität und sag ihm, eine Korrelation macht nichts aus. Simon, ich frage dich, Logikfrage, warum gibt es die Wissenschaft? Warum gibt es Studien? Warum eine Studie, weißt du, wie viel die kostet? Du bist ja Experte, die fangen im sechsstelligen Bereich an. Das ist der Anfang, eher siebenstellig. Aber die fangen im sechsstelligen Bereich an. Und warum gibt es, ich weiß nicht wie viele, Millionen Korrelationsstudien? Warum bezahlt die jemand? Warum macht man Korrelationsstudien, wenn die nichts aussagen? Erklär mir das mal. Man macht Korrelationsstudien, weil das sehr viel aussagt. Weil man Korrelationen finden kann. Du vergleichst Menschen, die Milch trinken, mit Menschen, die keine Milch trinken. Und du vergleichst, wie sieht es bei Krebs aus? Die, die Milch trinken, haben mehr Krebs, als die, die keine Milch trinken. Deswegen braucht man Korrelationen. Das ist das einzige Mittel, was wir haben als Mensch. Du kannst nur Korrelationen anstellen, weil es ja ein mega komplexes Thema ist. Du trinkst Milch, du nimmst tausende von Stoffen zu dir. Wie willst du? Du müsstest jeden einzelnen Stoff ja mitverfolgen, was es im Körper macht. Geht nicht. Deswegen kann man nur Korrelationen anstellen. Und die Sachen von vorhin habe ich ganz vergessen zu erwähnen. Er hat da gesagt, es gibt solche Studien nicht, wo einer Milch trinkt und einer keine Milch trinkt. Und der, der Milch trinkt, hat irgendwie mehr Krebs. Das ist ganz genau das, was die Studien machen. Die Vegan-Studien zum Beispiel. Die größte Studie, die jemals gemacht wurde, die ganz genau das verglichen hat. Die verglichen hat Menschen, die Milch trinken und Menschen, die keine Milch trinken, haben die, die keine Milch trinken, weniger Krebs. Das sind Vegan-Studien. Die größte jemals gemachte Studie, die läuft heute immer noch an, ist die Adventist Health Study 2. Die wurde nicht mit zwei, drei Teilnehmern gemacht, sondern mit über 70.000 Teilnehmern über mehrere Jahre. Und die läuft immer noch, aber es gibt Zwischenergebnisse. Und deswegen blende ich diese Grafik ein. Könnt ihr das sehen? Die niedrigsten Werte sind grün. Das rote, das sind die Ernährungsformen. Hier sind fünf Ernährungsformen. Das blaue sind Krankheiten. Und ihr könnt sehen, grün niedrigste Werte stapeln sich alle bei den Veganern. Okay, und das ist doch ganz genau das, was du gesagt hast vorhin. Ich hätte es vorhin zeigen sollen, verdammt. Das ist ganz genau das, was du gesagt hast. Es gibt diese Studien, ich sage, doch gibt es ganz genau diese Vegan-Studien. Und da siehst du, da steht unten Cancer, der letzte blaue Pfeil. Wer hat die niedrigste Wahrscheinlichkeit für Krebs? Veganer. Weil sie die ganzen Tierprodukte nicht essen. Verstehst du das? Das ist ganz genau eins zu eins das, wie da liegt, was du gesagt hast. Das ist so unfassbar. Korrelationen sagen nichts aus. Was für ein Wissenschaftler. Polen, es kann sein, dass einfach in Polen einfach häufiger dann in Großstädte wechseln, weil da vielleicht irgendwelche Unterkünfte für Polen sind. Als wir zum Beispiel aus Polen nach Deutschland gekommen sind, gab es auch Städte, wo einfach diese Notunterkünfte dann da waren. Und es kann sein, dass das Großstädte sind. Und dann kann einfach die Kriminalität zum Beispiel auf Großstädte zurückzuführen sein. Insgesamt, aber nicht auf die Polen. Genauso in diesem Ernährungsbereich. Wenn es gibt korrelative Studien, die zeigen, jemand, der rotes Fleisch isst, hat oder Leute mit mehr rotem Fleischkonsum, neigen mehr zu irgendwelchen Krebserkrankungen. Das mag sein, aber es muss nicht am roten Fleisch liegen. Es kann sein, dass die Leute, die rotes Fleisch essen, zum Beispiel jedes Mal dazu irgendwie Rotwein trinken. Und dann kann es am Rotwein, ich sage nicht, dass es am Rotwein liegt. Ganz genau dieses Argument, das benutzen auch alle Low Carver, die ich kenne, immer wenn es heißt, ein Tierprodukt verursacht eine Krankheit. Sie sagen immer, es liegt nicht am Tierprodukt. Also die Studie zeigt, das Tierprodukt korreliert positiv mit der Erkrankung. Also du isst mehr vom Tierprodukt, mehr Erkrankung. Und das liegt an etwas anderem, am BMI, an irgendwas anderes als körperliche Aktivität, wie auch immer. Aber dazu kommen wir gleich. Ich werde auch das komplett widerlegen. Aber das hier ist ein Low Carb Argument. Das absolute schwachsinnigste Argument. Aber okay. Kann es am Rotwein liegen. Oder dass die eher vielleicht nicht auf ihre Nahrung achten oder insgesamt einfach einen anderen Lebensstandard haben. Und es kann so viele andere Faktoren geben, die mit dem roten Fleischkonsum, irgendwie zusammenhängen, die dafür verantwortlich sind. Aber es muss nicht das rote Fleisch sein. Genauso bei dem Milchkonsum. Es kann sein, dass es irgendwo eine Studie gibt, die zeigt, dass Leute mit Milchkonsum vielleicht mehr zu Krebs neigen. Aber dann muss es nicht an der Milch liegen. Für mich vielleicht einfach mal so. Vielleicht in Ländern, in asiatischen Ländern, nehmen wir einfach mal an, wo weniger Milch getrunken wird, kann es sein, dass die Leute aber wesentlich gesünder essen, vielleicht wesentlich mehr Omega-3-Fettsäuren zu sich nehmen und und. Hier ist der nächste unfassbare Nonsens, den er erzählt, dass sie mehr Omega-3, also warte mal, die nehmen mehr Omega-3 zu sich und dann. Und, und das sind Faktoren, die eben dafür sorgen, dass weniger Krebs ausbricht. Dass weniger Krebs ausbricht. Hier ist es ganz genau das Gegenteil. Durch je höherer Omega-3-Spiegel du hast, desto mehr Krebs hast du. Weil das Omega-3 sorgt dafür, dass die Zellmembran instabil wird in der Prostata. Und dann kriegt man davon Prostatakrebs. Krebs, wie ich eingangs schon gezeigt habe, Krebsstatistik, Prostatakrebs, Nummer 1 Krebs beim Mann. Und jetzt kommen wir eigentlich zum, auch einem der wichtigsten Themen überhaupt, ist einfach, was er hier auch leugnet, ist einfach Mechanistic Data. Den Mechanismus, warum Tierprodukte diese Krankheiten auslösen. Ja, das ist ganz genau diese Grafik, die ich euch gezeigt habe, das erklärt einfach alles, diese Grafik, weil Tier, warum sind Tierprodukte ungesund? Weil sie die Inhaltsstoffe dafür haben. Und jetzt gehst du nämlich hin und, wenn du ein kluger Mensch bist und verstehst, dass die, das Fleisch zum Beispiel so krebserregend ist, weil es die Inhaltsstoffe hat. Und dann gehst du hin und guckst dir Mechanistic Data an, den Mechanismus dahinter, Studien, die den Mechanismus erklären. Zum Beispiel Heemeisen. Hat jeder von euch bestimmt schon mal gehört, Heemeisen ist krebserregend. Und hier ist zum Beispiel eine Studie, die spricht, ihr könnt es im Titel lesen, Heemeisen korreliert mit Krebs. Und hier ist der Mechanismus, versuchen die den Mechanismus zu erklären. Und hier habe ich es euch unterstrichen, der Mechanismus. Okay, wie Heemeisen dafür sorgt, dass man davon Krebs kriegt. Ja, eine Meta-Analyse. Und dann gehen wir weiter. Hier zum Beispiel die Sache mit TMAO, auch ganz wichtig. Schlechte Bakterien, die durch Tierprodukte, das Essen von Tierprodukten, kriegst du das, dann hast du diese schlechten Bakterien. Und diese produzieren aus Carnitin und Cholin Trimethylamin. Ja, TMA heißt das. Was in der Leber zu TMAO, also Trimethylaminoxid, gewandelt wird. Und das sorgt zum Beispiel dafür, dass man Leberkrebs davon kriegt. Wie diese Studie hier zeigt. Ja, das ist wieder auch eine. Ich kann euch immer nur eine Studie zeigen. Ich könnte euch so viel mehr zeigen. Aber ihr seht ja schon, wie lange das Video geht. Ja, zum Beispiel führt das zu Leberkrebs. Dieses TMAO. Und was weiß man bei Veganern? Was hat man bei Veganern festgestellt? Könnt ihr das hier sehen? Hier in dieser Studie. Veganer haben diese schädlichen Bakterien nicht, die du brauchst, um diese verrottenen Kadaver zu verarbeiten. Und die produzieren kein TMAO. Die produzieren keins. Könnt ihr das hier sehen? Hier. Die produzieren keins. Hier ist es. Okay. Und deswegen sind Veganer am meisten geschützt vor Krebs. Deswegen gibt es die Vegan-Studien, die zeigen, Veganer haben die niedrigste Wahrscheinlichkeit, an Tumoren zu erkranken. Ja, das ist ein Mechanismus. Hemeisen haben wir jetzt. TMAO, also Bakterien. Das ist ganz genau das Bild. Da haben wir schon mal Hemeisen und Bakterien. Könnt ihr das sehen. Und jeder Punkt, den ihr dort seht, bei Tierprodukten links, der verursacht Krebs. Jeder einzelne, der dort steht. Hormone hatten wir auch schon, habe ich euch gezeigt. Hormone verursachen auch Krebs. Brustkrebs nennt man einen hormonabhängigen Krebs. Dann kriegst du davon, dass du Östrogene isst. Östrogene sorgen für Brustwachstum. Deswegen wachsen bei Frauen, wenn sie in die Pubertät kommen, die Brüste. Wegen den Östrogenen da drin. Und deswegen sind Hormone ein Krebsauslöser. Karzinogene natürlich. Wachstumsfaktoren wie IGF-1-Promoter. IGF-1 an sich. Bakterien, Viren. Es gibt krebserregende Viren. Tierisches Protein ist ein Karzinergen. Tierisches Fett habe ich zig Studien gezeigt in den entsprechenden Videos von mir. Und Cholesterin ist ein Karzinergen und Hemeisen zum Beispiel. Und wenn man das versteht, dass das die Inhaltsstoffe sind, die diese Krankheiten auslösen. Und dann gehen wir weiter zum mega interessanten und wichtigen Thema Cholesterin. Oh, Cholesterin. So, Cholesterin. Lese, hat er wahrscheinlich auch noch nie in seinem Leben gehört, dass Cholesterin irgendwas mit Krebs zum Beispiel zu tun hat. Ja, da redet ich ja von Krebs. Deswegen habe ich hier das Thema Krebs genommen. Du kannst zu Cholesterin und allen möglichen Krankheiten Studien finden. Aber es geht hier um Krebs. Deswegen hier Studien zu Krebs. Lies mal den ersten Satz. Da steht, Krebszellen essen Cholesterin. Es gab so eine beeindruckende Grafik. Ich glaube, ich habe die in meinem Video Cholesterin und Krebs gezeigt. Da sieht man, wie die das essen. Das konnte man so rot darstellen. Mit so roten Punkten. Die essen dieses Cholesterin. Und dann steht hier weiter. Cholesterin spielt maßgeblich eine Rolle bei Krebsentstehung. Okay, und das ist ein Mechanismus. Hier wird von den Mechanismen gesprochen. Guck dir das einfach mal an. Es gibt verschiedene Pathways, verschiedene Wege, wie das beeinflusst wird. Hier, ich habe hier ein paar aufgeschrieben, ein paar Mechanismen. Und zwar, fünf Stück habe ich einfach mal aufgeschrieben. Bei einer Krebserkrankung fällt ein Cholesterinspiegel. Wurde laut Wissenschaft gezeigt, da Krebszellen Cholesterin essen. Zweiter Mechanismus. Des Weiteren konnte man zeigen, hohe Cholesterinspiegel und Krebs korrelieren miteinander. Der nächste Punkt ist, Cholesterinsenker bei gleicher Ernährung. Menschen, so kommt man auf Mechanismen. Menschen haben ungefähr dieselbe Ernährung. Und die einen kriegen Cholesterinsenker. Und die, die Cholesterinsenker nehmen, bei denen ist der Cholesterinspiegel niedriger. Und die haben weniger Krebs, obwohl sie dieselbe Ernährung haben. Also liegt es vielleicht am Cholesterin. Okay, das sind Mechanismen. Mechanismen. Mechanistic Data. Guck dir Mechanistic Data an, dann wirst du verstehen. Und das ist so extrem wichtig zu verstehen, dass es die Inhaltsstoffe sind. Wenn das mal in den Kopf reingegangen ist. Menschen, die chronisch erniedrigte Cholesterinspiegel haben, egal was sie essen, haben weniger Krebs. Wie das kein Beweis ist, dass es Cholesterin ist. Das ist ein Mechanismus. Genau, ich habe hier in Klammern geschrieben, Mendelsche randomisierte Studien zum Beispiel. Die gehen hin und randomisieren. Also das ist eine Quasi-Randomisierung, indem man hingeht und Menschen aufteilt nach ihren Genen. Und dann anguckt, was ist mit den Leuten, die egal was sie essen, die haben ultra niedrige Cholesterinspiegel wegen einem Gendefekt. Und die kriegen viel weniger Krebs, obwohl die genauso essen wie die hier, ohne Gendefekt. Vielleicht liegt es dann am Cholesterin. Der nächste Punkt, Störung der Cholesterin-Homöostase-Gene verursacht Krebs. Gibt es auch Studien über Studien, die habe ich alle verlinkt in meinem Dokument. Guck da rein. Oder guck auch meine Videos dazu. Okay, und hier dann der nächste Punkt. Hier steht auch, ja hier steht zum Beispiel, ja, dass die Entstehung von Krebs durch Cholesterin, durch verschiedene Pathways, die verschiedenen Wege, die es beschreitet, wie es Krebs auslöst. Okay, guck dir das an. Lies mal den Titel. Die Rolle von Cholesterin-Metabolismus in Krebs. Und es gibt davon immer weiter Studien, immer weiter. Hier zum Beispiel, das ist auch mega interessant. Hier, Cholesterin steigert Risiko an Bauchspeicheldrüsenkrebs zu erkranken. Pro 100 Milligramm steigt das Risiko um 8%. Ja, das ist, das ist so unfassbar, wie man sowas einfach leugnen kann. Und der nächste Punkt hatten wir ganz am Anfang. Das Thema IGF-1. Und jetzt muss ich sogar umswitchen. Und zwar geht es hier, guck dir diese Studie an, hier geht es um Kleinwüchsige. Ich habe ganz am Anfang erzählt, IGF-1 ist der größte Krebspromoter und der größte Wachstumsfaktor im menschlichen Körper, der für Wachstum sorgt. Du hast, wenn dein IGF-1-Spiegel ansteigt, während du wächst, dann ist das ganz normal und natürlich. Aber danach, nachdem du ausgewachsen bist, ist er niedrig und er darf niemals beeinflusst werden ins Positive. Also du darfst ihn niemals nach oben pushen. Und hier in dieser Studie hat man sich zum Beispiel Kleinwüchsige angeguckt. Kleinwüchsige, äh, Kleinwüchsige Menschen. Okay, was haben die gemeinsam? Die haben, könnt ihr das sehen, IGF-1-Spiegel. Die haben einen fast nicht existenten IGF-1-Spiegel. Okay, und dann guckt euch das mal an. Hier, jetzt muss ich, äh, rüber switchen. Äh, einen Moment, jetzt muss ich rüber switchen, damit ihr das besser seht. Ich versuche es mal auch hier zu vergrößern. Und dann kann man hier sehen, die, äh, Verwandten von denen, die nicht diesen Gendefekt haben, also nicht stark erniedrigte, äh, IGF-1-Spiegel haben, die haben, Erkrankten an Krebs, 20% davon. Und wie viele, oder sterben, nicht Erkrankten, sondern sterben, 20% sterben an Krebs, ne, so wie Menschen an Krebs nun mal sterben. Ihr kennt hier sowas hier, äh, genau, sowas hier. Woher kommt das? Woher kommt das wohl? Vielleicht von dem, was man isst, von den Karzinogenen, die man isst. Alles, was Krebs auslöst. Also die Tierprodukte, das, was links steht. Okay. Und jetzt hat man sich das hier angeguckt und hat auf einmal festgestellt, dass diejenigen mit den fast nicht existenten IGF-1-Spiegeln null sterben an Krebs. Null. Das ist schon mega seltsam. Könnt ihr, äh, sehen, ja. Äh, hier sind die Relatives, also die, die Verwandten, so viele sterben von denen. Hier sind halt die Altersklassen, so viele sterben. Seht ihr, sind hohe Zahlen, bei denen mit dem Gendefekt, mit dem IGF-1-Gendefekt null. Steht überall null. Die sterben nicht an Krebs. Verstehst du, was das sagt? Das sagt etwas über den Mechanismus. Es ist vielleicht das IGF-1. Deswegen reden so viele Menschen davon, dass IGF-1, äh, der Krebsauslöser überhaupt ist, in der menschlichen Ernährung. Vielleicht sollte man aufhören, ihn zu pushen mit tierischem Protein. Ja, habe ich euch die Studien gezeigt. Und der promotet am Anfang sein tierisches Protein, okay, und sagt, ich wäre der Erste, der das rausnehmen würde, wenn es irgendwelche, irgendwelche Belege gibt. Es gibt Belege, tausende, Mechanistic Data, beweist ihr das, okay? Das ist das Allerwichtigste zu verstehen. So, gehen wir weiter. Ich das aber nicht an der Milch, verflixt nochmal, bitte. Solche Behauptungen sind falsch und auch gefährlich. Absolut gefährlich. Ja, und das, was du machst, ist nicht gefährlich. Tierisches Protein promoten, Tierprodukte verteidigen. Das ist das Gefährlichste, was man überhaupt machen kann. Weil damit ruinierst du die Gesundheit der Menschen. Und ich möchte euch einfach ein bisschen, nehmt, geht weg von euren Gruppen. Ihr müsst objektiv an Dinge rangehen. Bei Politik, bei einfach, wenn irgendjemand irgendeine Falschmeldung ins Internet haut und ihr seid irgendwie, weiß nicht, in der Partei oder in der Gruppe oder ihr wollt das glauben, blappert das nicht einfach nach. Recherchiert und seid bitte offen für Gedanken. Ja genau, sei du doch mal offen. Nimm doch mal die Wahrheit an. Wie gesagt, das mit den Polen. Solche Aussagen werden dann von irgendwelchen Parteien genommen. Hier ganz klare Korrelation. So ist es. Guckt mal die Polen. Und schon schürt es einfach Hass. Und es schürt einfach eben genau das, was dieser Kommentar auch so ein bisschen zeigt. Dieses von oben herab, dieses, ha du. Wenn ein Mensch mehr weiß als du, dann weiß er mehr als du. Und wenn das für dich herabschauend ist, dann kann man da nichts machen außer dazulernen. Du hast doch keine Ahnung. Du bist, das ist einfach. Ja, du hast keine Ahnung. Das ist halt der Punkt. Du bringst es absolut auf den Punkt. Du hast keine Ahnung, wovon du redest. Falsch. Es ist einfach, das schafft auch nicht. Und das verstehe ich auch nicht an diesen militanten Veganern. Dadurch, dass die sich so abschotten und uns. Guckt mal, ihr habt keine Ahnung. Dann verhindern die die Diskussion. Ja, wir verhindern die Diskussion. Wir versuchen euch die Augen zu öffnen mit allen Mitteln, die es gibt. Mit allen Studien, mit Logik. Das mache ich hier die ganze Zeit. Mit logischem Menschenverstand. Mit Studien, mit Wissenschaft. Mit alles versuche ich es dir zu beweisen. Dann öffne doch mal deine Augen. Warum kämpfen Veganer so dafür? Weil sie nicht wollen, dass die Menschen Schaden nehmen. Weil sie den Menschen helfen wollen. Weil sie nicht wollen, dass dieses unendliche Leid über die Tiere kommt. Verhindern die, dass man irgendwie zusammenkommt und dass man irgendwie... Ja, komm zusammen. Komm. Gib einfach mal zu, dass du hier Mist erzählst. Zusammen versucht insgesamt an der... Ja, komm, wir versuchen. Kontaktier mich privat. Wir versuchen. An der Problematik der Massentierhaltung zu arbeiten. Es ist so... Ja, der Massentierhaltung. An der Problematik der Massentierhaltung. Du bist die Ursache für Massentierhaltung. Du bist wie jeder andere Mensch. Jeder Mensch sagt, er ist gegen Massentierhaltung. Ja, und warum bist du nicht... Warum kaufst du Tierprodukte aus Massentierhaltung? 98% aller Tierprodukte kommen aus Massentierhaltung. Du kaufst natürlich nur vom Bauern deines Vertrauens. Ich weiß. So dumm, so zu sein, dass man da einfach sich da voll vor, weiß ich nicht, voll zumacht. Vor insgesamt, vor Objektivität. Objektivität, du sagst es. Parteien, bei allem anderen. Es ist einfach... Ich kriege da einfach die Krise. Vielleicht noch... Ich kriege auch gleich die Krise. Ein kleines Beispiel, dass es nicht nur etwas ist, was mich ärgert, sondern auch Dinge, die einen selbst betreffen, wo man für zahlt. Wenn es zum Beispiel Homöopathie ist, zum Beispiel ein Beispiel, das mich auf die Palme bringt, auf die absolute Palme. Es gibt die Lager der Homöopathen, die einfach sagen, Homöopathie wirkt. Ich weiß es. Ich nehme es schon immer. Und ich habe es auch in meiner Familie, ich habe es in meinem Bekanntenkreis, einfach Leute, die dann sagen, ich habe ein bisschen Kopfschmerzen. Oh, nimm mal hier Alika oder so. Bitte, für alle Homöopathen... Ich möchte mich darüber jetzt nicht lustig machen. Ich möchte euch einfach nur sagen, und das ist nicht meine Behauptung. Homöopathie hat über den Placeboeffekt hinaus keine Wirkung. Keine. Das sage ich... Vielleicht werde ich da jetzt... Nein, es ist einfach so. Deswegen kann ich das auch sagen. Guckt euch bitte. Ich verlinke euch das Video von dem Jan Böhmermann dazu. Milch verursacht Krebs und Fleisch auch. Das ist einfach so. Es ist so genial, ob man Satire mag oder nicht. Aber das sind Fakten. Das sind Fakten. Das, was ich sage, sind auch Fakten. Deswegen belege ich alles, was ich sage. Beispiel zum Beispiel. Du nicht. Ein homöopathisches Mittel mit einem anderen. Zwei Kügelchen schmeißt ihr zusammen. Und es gibt keine wissenschaftliche Methode auf der ganzen Welt, die euch sagen kann, was ist was. Es gibt keine Doppelblindstudie, die euch zeigen kann, dass das wirkt. Das sind Fakten. Das sind Tatsachen. Und sich vor sowas zu verschließen, einfach zu sagen, nein, Ohrenra... Das machst du über Tierprodukte. Ganz genau. Das ist dein System. Nein und zu sagen, nein wirkt, ist für mich einfach absolut... Nein ist unschädlich. Unverständlich. Und warum betrifft mich das? Unverständlich ist, dass du die Wissenschaft leugnest und logischen Menschenverstand. Das ist unverständlich. Wenn wir jetzt sagen, ja, nehmt euch eure Kügelchen und freut euch. Nein, ich bezahle es mit. Und ihr bezahlt es auch mit, indem wir eben Krankenkassenbeiträge zahlen. Wir zahlen dafür, dass zum Beispiel dann so etwas, ja, sozusagen verschrieben wird. Was keine Wirkung... Ja, die Krankenkassenbeiträge steigen, weil Menschen Tierprodukte essen, davon krank werden. Und wir alle müssen die Krankenkassenbeiträge bezahlen. Wie wäre es, wenn man sich an die Ernährungsformen hält, die die niedrigsten Wahrscheinlichkeiten für alle Krankheiten haben? Ist das logisch? Die, die die meisten Pflanzen essen, sind am gesündesten. Wie kann man so etwas widersprechen? Frage ich mich. Krankenkassenbeiträge. Der redet von Krankenkassenbeiträgen und macht Werbung für Whey-Protein. Alles klar. Ich weiß nicht, ob ich dafür jetzt... Ne, ich darf es ja sagen. Können wir ja gerne versuchen. Nein, es ist nachgewiesenermaßen. Es hat keine Wirkung bis auf den Placebo-Effekt. Und dass wir für sowas zahlen, betrifft uns alle. Dass zum Beispiel Hass geschürt wird, betrifft uns alle. Betrifft uns alle. Dass einfach solche Falschaussagen getroffen werden, dass Milch krebserregend ist und es liest... Ja, ist es auch. Ich habe dir eine Meta-Analyse gezeigt. Deswegen, hier, ich zeige es dir gerne nochmal. Krebs, Milch ist krebserregend und ich glaube, gleich sagt er noch was. Wenn jemand sagt, oh, das weiß ich nun gar nicht. Das betrifft euch auch. Deswegen, wenn ich zum Beispiel sage, ich weiß, das Thema wirklich, ich mache das wahnsinnig. Jemand sagt zum Beispiel irgendwie, Seitheben macht die Schulter kaputt. Und dann gibt es vielleicht sogar eine Studie hier, die Leute, die Seitheben haben häufiger Schulterschmerzen. Dass das aber einhergehen kann mit einem insgesamt falschen Training oder mit ganz vielen anderen Faktoren, das betrifft uns alle. Und solche Aussagen führen dann dazu, dass jemand vielleicht kein Seitheben macht. Oder dass jemand keine Milch mehr trinkt. Das wäre vielleicht, das wäre okay. Das wäre vielleicht sogar gut, wollte der gerade sagen. Weil er ganz genau im Hinterkopf weiß, dass das gut wäre. Aber einfach zu falschen Aussagen. Ich sage ja, jeder Mensch weiß, was richtig und was falsch ist. Deine Intuition sagt es dir, du brauchst keine Studie, nichts. Du brauchst Intuition, hör auf dein Herz. Oder vielleicht dann jemand auch, der dann böse ist. Und dann zeigt er wieder seinen Whey-Protein. Dann sagt er, guck mal hier, die China Study hat ja gesagt, aber hat die China Study nie gelesen? Du hast die nie gelesen. Noch nie verstanden, dass es einfach ein falsches Werk ist. Ist es nicht. Dein Video ist ein falsches Werk. So viel Blödsinn in den Medien erzählt als Fazit. Genau, dass Milch nämlich gesund ist. Genau, und das ist absoluter Blödsinn. Überall Falschaussagen. Es gibt überall... Ja, dein Video ist voller Falschaussagen. Es geht hier um Falschaussagen am laufenden Band. Dinge, die einfach behauptet werden. Ganz besonders... Die einfach behauptet werden von dir, weil du nichts belegst und ich belege alles. ... von Leuten, die eben sehr stark dabei wirken, die sehr, sehr entschlossen wirken. Können wir auch nochmal den Effekt besprechen. Das ist auch ein psychologischer Effekt. Ja, manche Menschen sind entschlossen und wissen, wovon sie reden. Deswegen sind sie so entschlossen. Äh, die so total dahinter sind, auch im Bodybuilding-Bereich. Die sagen, nein, ähm, weiß nicht, BCAAs, durch BCAAs habe ich Muskeln aufgebaut und ist einfach so. Äh, alles hinterfragen. Bitte. Es gibt so viele Meldungen. Auch das, was ich sage. Ich versuche immer mit Argumenten und mit Studien und mit allen Belegen... Welche Studien? Wo sind die Studien? Ich habe für meine Aussage, euch meine Aussage irgendwo zu begründen. Aber auch das solltet ihr alles hinterfragen. Äh, wirklich schaut mal. Ist das nicht Blödsinn, was derjenige sagt? Ja, es ist Blödsinn. Das, was du sagst, ist absoluter Blödsinn. Und das weiß auch jeder Mensch. Auch jeder Low-Carber-Fleischesser, jeder Mensch weiß das. Im Hinterkopf. Gibt so ein Gefühl, so ein komisches, ne? Ich hoffe, bei mir ist es nicht. Ich mache es immer mit bestem, bestem, bestem Gewissen. Ähm, aber ich könnte euch auch sagen, hier, ich habe irgendein Mittel, äh, keine Ahnung, ich habe irgendein Gras getrocknet oder sowas und das führt zu mehr Muskelwachstum. Leute, ihr müsst sowas hinterfragen. Ihr könnt nicht nur, weil ihr mich vielleicht gut findet, sagen, oh, der Simon hat das gesagt, ich nehme es. Und, ähm, nein, könnt ihr nicht alles hinterfragen, alles recherchieren. Internet bietet eben viele, viele positive Eigenschaften oder viele positive Möglichkeiten. Ihr könnt alles nachrecherchieren, zum Beispiel eben zur China Study, zum Beispiel zum Milchkonsum. Genau. Ihr könnt so eine Studie einfach mal durchpflücken und sehen, okay, Moment, da gibt es gar keinen kausalen Zusammenhang. Äh, genau. Fragen, nachfragen, recherchieren, interessiert euch für Dinge oder interessiert euch nicht, aber dann plappert nicht einfach nach und dann bleibt einfach... Du bist der Nachplapperer Nummer eins, sorry. Open mit dem, also offen mit dem, mit dem, mit dem Geist, objektiv mit dem Geist und blitte nicht einfach nur, weil ihr... Aber nicht so ein schlimmer Nachplapperer wie Goku, das muss man gestehen. Gerne Veganer seid, einfach solche Sachen nachplappern oder irgendwie sowas. Ich werde wahnsinnig. Ja, und weißt du, wer niemandem was nachplappert, ich. Das alles habe ich selbst zusammengesucht, die ganzen Studien, alles. Das ist meine eigene Arbeit. Ich habe das Video hier nicht abgeguckt von jemandem. Das ist meine Arbeit. Ich plappere niemandem nach. Bei so einem Thema ist es so wichtig. Es ist so unglaublich wichtig, dass ihr nicht nur nachlaufende Schäfchen seid, sondern dass ihr euch wirklich mal ein bisschen... Du verbreitest ganz genau die Information, damit man ein nachlaufendes Schäfchen ist. Und ich bin ganz genau der Gegenpart davon. Ich versuche, damit Menschen nicht nachlaufende Schäfchen sind und mal ihre Augen öffnend in Verstand einschalten. In die Materie reinfuchst und nicht einfach irgendwas nachplappert. Super wichtiges Video. Bitte, bitte, bitte kommentiert. Bitte kommentiert konstruktiv. Ich wünsche mir eine konstruktive Kritik. Wenn ihr das anders seht mit den Veganen und so weiter, bitte diskutiert. Ja, okay. Hier ist die konstruktive Kritik. Aber nicht von oben herab. Nicht dieses, ach, guck mal, du hast doch keine Ahnung. Jeder, der das sagt, ist dumm oder blöd. Das sagt ja niemand. Blödsinn. Blödsinn. Zeigt Argumente, zeigt etwas. Ich bin absolut offen. Wie gesagt, ich bin der Erste. Der Erste, der sofort, sofort das Publikum macht und alles. Ja, dann mach das mal publik. Ich warte darauf. Wenn du das publik machst, dann wirklich Hut ab vor dir. Aber das wird niemals passieren. Ich glaube, das wissen wir beide. Wenn es was gäbe, aber es gibt nichts. Es kann nichts geben, weil wenn wir die Milch auseinander pflücken, dann gibt es nichts, was krebserregend ist. Siehst du? Punkt. Punkt. Es gibt in der Milch nichts, was krebserregend ist. Ich zeige nochmal die Grafik. Hier einmal natürlich die Hormone in Milch. Milch, die allermeisten Hormone, sind absolut krebserregend. Es ist einfach nur logisch am Menschenverstand, dass Hormone von außen, also exogene Hormone, krebsauslösend sind. Und die Inhaltsstoffe von Milch sind links aufgeführt. Das sind carcinogene, exogene Hormone, habe ich gerade gesagt, endogene. Also exogene Hormone sind die von außen, endogene sind die von innen. Also wenn du jetzt deine eigene Kuh hast, Biomilch, dann hast du den Punkt exogene Hormone nicht, weil wenn du der Kuh nix gibst, aber die hat natürlich endogene Hormone, ist vollgestopft mit Hormonen. Ich habe euch ja die Studie gezeigt, wie der Spiegel steigt an Östrogenen. Und Milch pusht den IGF-1-Spiegel nach oben, weil es tierisches Protein hat. Das fördert Krebswachstum. Es hat zum Beispiel BLV, Bovine-Leukyma-Virus, den krebserregenden Virus zum Beispiel. Und tierisches Protein, das Krebsauslöser, tierisches Fett. Hätte ich auch noch die Studien zeigen sollen, aber es wird alles viel zu lang. Cholesterin habe ich euch bewiesen, Krebsauslösend, Hemeisenkrebs auslösend, Mechanistic Data. Und deswegen, Milch hat keine Eigenschaften, keine Substanzen, die Krebs auslösen. Sind alles klar, Simon. Wie gesagt, an der Stelle. Aber zu jedem Thema. Das ist nicht nur, es geht egal. So, abonniert den Kanal. Bitte, guckt dieses Video, verteilt dieses Video, verbreitet dieses Video. Das ist wichtiger, als ihr euch vorstellen könnt. Besonders dieses ganze politische Thema und so weiter. Abonniert den Kanal, bleibt dabei, schaut bei Facebook, Instagram vorbei. Und die besten Supplements, die ich selber nehme, mit vollstem, bestem Gewissen, Body App Notation, die besten Lama und BAP Wear. Bis dahin. Ja, daran sieht man, worum es im Video eigentlich geht. Der schließt damit ab und der fängt damit an, das Video. Und ja, dann weiß man eigentlich, worum es geht. Was ich jetzt ganz vergessen habe, irgendwie ist das rausgeflogen, das Thema leider. Das ist das Thema hier. Und zwar ist er im Video immer wieder darauf rumgeritten, dass es ein anderer Faktor sein kann. Ja, man nimmt Tierprodukte zu sich, es ist ein anderer Faktor. Es ist nicht, oder man nimmt Milch zu sich, er krankt mehr an Krebs, aber es ist was anderes. Ja, dieses Low Carb Argument. Und hier zum Beispiel die Studie, die größte Ernährungsstudie, die jemals gemacht wurde, die ist ganz genau, ja, das ist das Bild, was ich euch immer zeige, das hier. Die zeigt eben ganz genau, die widerspricht natürlich ganz genau dem, was Simon Teichmann erzählt. Die zeigt eben ganz genau, dass es an der Ernährung liegt. Okay, jetzt gehen Low Carber hin, habe ich schon ganz oft gesehen, die sagen zum Beispiel, diese Studie hier, ja, oder allgemein Studien mit Tierprodukten, da wurden zum Beispiel nicht adjustiert nach Alter, ja, ansonsten geht man hin, nimmt irgendwie, also zum Verständnis, was, was die damit meinen, warum das an etwas anderem liegt. Es kann ja sein, dass du zum Beispiel, du hast eine Studie, Veganer und Nicht-Veganer. Und dann vergleichst du, wer ist gesünder, wer kriegt weniger Diabetes, Krebs, Herzerkrankungen. Und jetzt nimmt man Fleischesser mit BMI 30 Übergewichtige, die sich nie bewegen und man nimmt Veganer, die sind BMI 20 und machen jeden Tag Sport. Das wäre ja extrem unfair. Ja, und dann sagt man, Veganer sind gesünder. Das wäre ja extrem unfair. Und deswegen werden Studien adjustiert. Okay, und man nimmt ganz genau diesen Faktor raus, wovon er die ganze Zeit geredet hat. Es liegt aber nicht an der Milch, wenn es korreliert mit Krebs. Es liegt nicht am Fleisch, wenn es mit Krebs korreliert. Doch liegt es. Du siehst das an solchen Studien hier. Hier steht zum Beispiel an der größten Studie mit über 70.000 Teilnehmern, hier wurde adjustiert nach dem Alter, damit du nicht mehr sagen kannst, man vergleicht 80-Jährige mit 18-Jährigen. Okay, man hat das Alter raus adjustiert, man hat das Geschlecht raus adjustiert, die Rasse raus adjustiert, den BMI, damit man nur Leute vergleicht mit gleichem Gewicht, die körperliche Betätigung hat man rausgerechnet. Okay, man hat adjustiert, dann geht man vielleicht hin und sagt, aber Bildung, die, die besser gebildet sind, die leben auch gesünder. Nein, hat man raus adjustiert. Das Einkommen, nein, hat man raus adjustiert. Schlaf hat man raus adjustiert. Fernseh gucken, rauchen und Alkohol. Okay, ganz genau, das tut man. Man adjustiert raus. Okay, man adjustiert raus in diesen Studien. Deswegen ist es die Ernährung. Okay, ist das verständlich oder nicht? Deswegen, okay, das habe ich jetzt komplett falsch eingeschoben im Video, aber Hauptsache, ich habe das jetzt gesagt. Deswegen habe ich jetzt auch ein Dokument erstellt, das wir uns angucken und zwar heißt das Video von ihm ja, das Video heißt ja, diesen Leuten darfst du nicht glauben und ich habe ein Dokument erstellt, das sieht so aus, diesen Leuten darfst du nicht glauben. Das sind fünf Punkte. Du darfst einem Fitness YouTuber nicht glauben, der sich als natural bezeichnet, aber nicht natural aussieht. Solchen Menschen sollte man nicht glauben grundsätzlich. Ja, wenn er schon da nicht ehrlich ist, dann ist er auch in anderen Bereichen höchstwahrscheinlich nicht ehrlich. Glaubt niemals einem Omnivore, der behauptet, sich mit Studien auszukennen. Glaubt niemals, ja, versteht ihr, wenn ein Omnivore sich mit Studien auskennt, wäre er kein Omnivore. Dann wäre er Veganer, weil er halt logisch denken kann und Mechanistic Data sich anguckt und mendelsche randomisierte Studien und herausfindet, okay, es sind die Tierprodukte. Ein Omnivore, der behauptet, sich mit Ernährung auszukennen, kann es nicht geben, weil dann wäre er kein Omnivore. Okay? Und wer im Jahr 2019 Fleisch verharmlost, dem sollte man nicht glauben. Wer im Jahr 2019 Milch verharmlost, dem sollte man nicht glauben. Okay, das ist die Liste, wem man nicht glauben sollte. Und dann auch noch hier ein gutes Kritikvideo von einem anderen veganen YouTuber. Hier könnt ihr auch Likes, Dislikes sehen. Natürlich, je mehr Wahrheit ein Veganer ausspricht, umso mehr Dislikes hat es normalerweise. Und hier seht ihr natürlich, das Video wurde kaputt gedisliked. Und der ist natürlich ein sehr gutes Video. Der sagt hier nur die Wahrheit. Ist alles richtig, was er in diesem Video sagt, kann ich euch absolut ans Herz legen. Das Video heißt Simon Teichmann versus High Carb Meine Meinung. Und also guckt euch auf jeden Fall auch dieses Video an. Was ich dann noch zeigen wollte ist, vegane Ernährung ist kein Salat. Das ist ganz wichtig. Vegane Ernährung ist das hier zum Beispiel. Das ist alles vegan, was ihr hier auf den Bildern seht. Man kann alles essen, was du dir nur vorstellen kannst in vegan. Ich persönlich, ich bin ich bin gegen Salat. Ich esse kein Salat. Ich habe mit Salat nichts am Hut, weil ich Kalorien brauche. Deswegen esse ich stärkehaltiges. Kartoffeln, Nudeln, Pasta, Lasagne, Burger, Pizza, solche Sachen. Okay, also niemals das vergessen. Vegane Ernährung ist kein Salat. Und dann habe ich noch ein abschließendes Bild. Und zwar das hier erst quälst, schändet und tötet der Mensch die Tiere. Dann tötet das Fleisch den Menschen. Deswegen gibt es die Studien. Deswegen gibt es die Wissenschaft. Deswegen sind die ganzen schädlichen Inhaltsstoffe in Tierprodukten drin. Ist einfach nur logisch, weil die nicht zum Essen gemacht sind. Deswegen ist dort Cholesterin drin und ist dort Heemeisen drin. Und wie immer das Allerwichtigste ist die Logikfrage. Beantworte die Frage, warum verursacht Heemeisen Krebs, was nur in Tierprodukten drin ist, warum nicht das Eisen in Pflanzen? Warum ist Cholesterin, das Krebs auslöst, nur in Tierprodukten, aber nicht in Pflanzen? Sehr, sehr seltsam. Findest du das nicht auch? Deswegen Leute, ich hoffe, jeder konnte was mitnehmen. Bitte, bitte teilt dieses Video. Das ist extrem wichtig. Klickt hier auf den, ich glaube, ihr habt hier ein kleines X und dann kann man da auf Teilen drücken. Bitte teilt das Video, macht das Video viral, damit das so viele Menschen wie möglich sehen, damit so viele Menschen wie möglich davor gewarnt werden, vor solchen Sachen, wie Simon Teichmann dort erzählt, damit sie nicht ihre Gesundheit ruinieren. Helft den Menschen und teilt das Video bitte. Und gebt dem Video einen Daumen hoch, das wäre super nett von euch, weil das hilft, das Video zu promoten. Deswegen bitte teilt das Video mit euren Freunden, Facebook-Gruppen überall, einfach überall teilen, weil wir die Menschen davor warnen müssen. Ihr habt so sehr um diesen Blockbuster gebeten. Ich denke, es ist ein Blockbuster geworden. Ziemlich gutes Video, finde ich. Und auf jeden Fall, deswegen bitte, bitte teilen und schreibt auch gerne einen Kommentar und ihr könnt mich auch gerne unterstützen, damit ich weiter solche Videos machen kann mit einer Kanalmitgliedschaft. Ihr kriegt dann so ein veganes Symbol neben euren Kanalnamen. Der ist super cool und könnt euch dadurch exklusive Vorteile sichern. Lest euch das einfach durch. Und von daher, Leute, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. War ein mega langes Video, aber ich habe meine Aussagen bewiesen, belegt und jetzt kann ich einfach nur hoffen, dass Menschen wirklich rational handeln und gute Menschen sind und auf ihr Inneres mal hören und dann finden sie den Weg zur Wahrheit. Vielen Dank fürs Zuschauen. I see you next time. auf den Weg. Ich schaue Untertitelung des ZDF, 2020